Mitgestalten, mitbestimmen, mitgewinnen. So läuft es bei Ihrer allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow, Pachim und Umgebung IG. Brauchen Sie eine Wohnung, dann findet Ihre AWG eine Lösung genau für Sie passend. Dies trifft auch für den Fall zu, dass Sie sich verändern wollen, beispielsweise platzmäßig bei Familienzuwachs. Ihre Genossenschaft verfügt in den Städten Güstrow, Pachim und Krakow am See über ein breites Wohnungsangebot für alle Lebenssituationen. Für alle Fragen, die mit der Suche nach einer Wohnung einhergehen, sind die Mitarbeiter der Vermietung an den einzelnen Standorten Ihre kompetenten Ansprechpartner. Gern zeigen Sie Ihnen die neuen Räumlichkeiten und beantworten Ihre Fragen. Mit Fahrrad sind Sie für die Mieter unterwegs, um schnell am nächsten Objekt zu sein. Die technische Abteilung ist ein entscheidender Nervenstrang unserer Genossenschaft, sowohl für das Alltagsgeschäft als auch für Investitionen in die Zukunft. Bei Maßnahmen zur Instandhaltung und Instandsetzung, zur Durchführung von Neubau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie zur Organisation und Steuerung von Reparaturen laufen hier die Fäden zusammen. Für uns ist es selbstverständlich, dass unsere Hauswarte und Handwerker kleine Reparaturen schnell und unbürokratisch ausführen. Nach langer Mietzeit werden die Wohnungen auf den neuesten Stand gebracht und dies vom Fußboden über die Wände bis hin zur Modernisierung der Heizungsanlage. Schließlich sollen unsere Mieter modernen Standard genießen. Last but not least der 24-Stunden-Notdienst, der unseren Mietern ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Die Hauswarte nehmen eine besondere Rolle ein, denn sie sind die ersten Ansprechpartner für die Mitglieder in den Wohnquartieren. Auf Informationstafeln in den Eingangsbereichen sind die Kontaktdaten des jeweils zuständigen Hauswarts zu finden. Als Genossenschaftsmitglied wohnen Sie sicher wie ein Eigentümer und sind dennoch flexibel wie ein Mieter. Sie nutzen die Genossenschaftswohnung unter normalen Umständen, solange Sie wollen, denn Sie sind Gemeinschaftseigentümer und haben lebenslanges Wohnrecht. Unsere Genossenschaft hat spezielle Serviceleistungen entwickelt, die sich nach den Bedürfnissen ihrer Mitglieder richten, auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet. Der wirtschaftliche Erfolg und die Gewinnerzielung des Unternehmens dienen der Mitgliederförderung. Beim Mitgliederwesen wird die Mitgliederliste geführt, die Anteilszeichnungen überwacht und die Auszahlung des sogenannten Auseinandersetzungsguthabens und der Dividende veranlasst. Das alles sorgt für ein gutes Miteinander und einen Zusammenhalt. Soziale Arbeit ist eine der Kernaufgaben unserer Genossenschaft. Unsere Sozialarbeiterinnen engagieren sich für ein lebendiges und vielfältiges genossenschaftliches Miteinander. Ob in den Begegnungsstätten der Genossenschaft oder bei den zahlreichen Veranstaltungsangeboten, Sie sind präsent und kümmern sich. Sie fördern Zusammengehörigkeit und vermitteln in Konfliktsituationen. Eine weitere zentrale Aufgabe ist es, Ihnen in besonderen Situationen oder bei Problemen im Alltag zur Seite zu stehen. Das persönliche Gespräch ist hierfür besonders wichtig, aber es geht auch darum, ein gemütliches Umfeld im Haus zu schaffen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Im Rechnungswesen werden sämtliche Geschäftsvorfälle einer Genossenschaft dokumentiert und für den Jahresabschluss aufbereitet. Hier erfolgen Kontierungen und Buchungen im Zahlungsverkehr sowie die Erstellung von Bilanzen. Darüber hinaus werden mittels Auswertung die Zahlungseingänge, zum Beispiel Mieten, überprüft. Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt sind die Abrechnungen der Betriebskosten. In allen Bereichen liegt der Schwerpunkt auf der Beratung und Betreuung von Mitgliedern. Denn letztlich wollen wir, dass es unseren Mietern gut geht, sie sich in ihrem Heim wohlfühlen und rundum gut betreut sind. Mehrere Bauprojekte trieb die AWG in den vergangenen Jahren voran. Eines der jüngsten ist der Fischerhof in Krakow am See. Dort baut die Genossenschaft derzeit 16 zumeist barrierefreie Wohnungen auf vier Etagen, die sowohl für Senioren als auch für junge Familien und Singles geeignet sind. Zentral am Markt und nur 200 Meter vom Krakower See entfernt gelegen, werden sich künftige Mieter hier sehr wohlfühlen. Die zwei bis vier Raumwohnungen sind zwischen 58 und 98 Quadratmetern groß und werden mit Fußbodenheizung für bestes Wohnklima sorgen. Bereits im Juli 2022 ist die Fertigstellung geplant. Die AWG investiert in dieses Projekt etwa 3,6 Millionen Euro. Insgesamt will die AWG in ihrem 65. Jubiläumsjahr mehr als 3,8 Millionen Euro in den Erhalt und die Modernisierung des Wohnungsbestandes stecken. Dabei werden für Mitglieder die Wohnbedingungen verbessert sowie für eine höhere Sicherheit und Energieeffizienz in den Häusern gesorgt. Hier bei ihrer AWG können sich Mieter aller Generationen wohlfühlen.